In der fundierten Osteopathie interessieren wir uns zuvörderst für Gesundheit. Wir interessieren uns für die Wechselbeziehungen zwischen den Systemen. Wir untersuchen und behandeln die Mechanismen, welche für Gesundheit verantwortlich sind. Wir wenden uns an die wahre Natur des Menschen, sehen über die äußere Erscheinung hinaus und beseitigen Blockaden, welche der Gesundheit im Wege stehen. Anatomische Blockaden, seelische und spirituelle Blockaden. Spirituelle Aushungerung ist eine Geißel unserer Zeit. Sind diese Blockaden erkannt und behoben, wird Gesundheit die Folge sein. Ein Zeichen für Gesundheit und Ausgeglichenheit ist beispielsweise, dass zwölf ganz bestimmte anatomische Strukturen frei von jeglichen Spannungen und negativen Beeinflussungen sind. Die zentrale Kette. Geht es der zentralen Kette gut? Geht es den Menschen in seiner Gesamtheit gut? Manchmal kann das Leben sehr einfach sein. Machen Sie es gut! Geht es den Menschen in seiner Gesellschaft im浪epen zu sprechen. Manchmal kann das Leben sehr einfach sein. Manchmal kann das Leben sehr einfach sein. Untertitelung. BR 2018